Ein Meteoriteneinschlag hat etwas aus dem Universum auf die Erde befördert, das Forscher noch nie gesehen haben. Es kommt von einem anderen Planeten und wurde auf unserem Planeten noch nie gesehen. Auf der Erde ist ein Meteorit eingeschlagen und er hat etwas mitgebracht, mit dem Wissenschaftler nicht gerechnet haben. In dem Objekt aus dem Universum verbarg sich etwas, das auf der Erde bisher völlig unbekannt war. Bei dem Meteorit, der eingeschlagen ist, handelt es sich um ein bereits 70 Jahre altes Gestein, das 1951 in der Stadt Wedderburn in Victoria, Australien, auf die Erde getroffen ist. Das Objekt sieht mit seiner schwarz-roten Färbung nicht nur seltsam aus, es beinhaltet auch etwas sehr Mysteriöses, das Forscher so bisher noch nicht kannten. Seit seinem Meteoriteneinschlag wurde der Stein intensiv von Forschern untersucht. Nun aber stellt sich erst heraus, dass das fremde Objekt aus dem Universum auch ein Mineral in sich trägt, das auf der Erde nicht vorkommt. Das nach dem Meteoritenexperten und Kosmochemiker Edward Scott von der University of Hawaii benannte Edskortit-Mineral wurde in einer neuen Analyse von dem Mineralogen Xi Ma von der Caltech bestätigt. Dabei handelt es sich um das erste natürliche Vorkommen eines brandneuen Minerals, das zwischen anderen Schichten von Mineralien innerhalb des Meteoriten, der eingeschlagen ist, entdeckt werden konnte. Edskortit ist eine seltene Form von Eisenkarbid, das bisher noch nie in der Natur gefunden werden konnte. Forscher kennen zwar die synthetische Version des Minerals, die als Schmelzphase beim Übergang von Eisen zu Stahlauftritt, die Bestätigung einer natürlichen Quelle wie durch das Objekt des Meteoriteneinschlags gab es jedoch zuvor noch nie. Besonders spannend, dem Planetenforscher Geoffrey Bonning von der Australian National University zufolge, handelt es sich bei dem Meteoriten gefundenen Edskortit um Rückstände eines erhitzten, unter Druck gesetzten Kerns eines alten Planeten, der im Universum explodiert ist und am Ende zum Meteoriteneinschlag auf der Erde geführt hat. Untertitelung des ZDF, 2020